Ladies and Gentlemen, willkommen zur Naharbeiterrunde Project Ozone 2 Kappa Mode. So, wie gesagt, ich habe jetzt in der letzten Folge hier was vorbereitet. Das nehmen wir mal dahin, das ist für später irgendwann mal. Wir haben jetzt hier vier Gaia Pylonen, den Beacon, die Block of Iron und hier ein Block of Terrasil. Den legen wir jetzt mal dahin. Wir machen nämlich heute den Gaia Guardian ein paar Mal. Also wir brauchen einmal einen Block Compressed Gaia, was neun Gaia Ingots, Gaia Spirit Ingots, ich glaube Gaia Spirit, ja Gaia Spirit Ingots sind. Hier Compressed Gaia, ne. Also, wir werden uns heute mal heransitzen müssen. Wir bewegen uns dafür einfach mal hier ein wenig hier entlang, so, irgendwie noch hier in den Lucky Block. Hier haben wir noch eine schön freie Fläche. Nehmen unser Lexica Botania. Äh, ne, Head Creation war das nicht. Du, 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 nö. Generating Flora, du, wo haben wir das? Sag mal, will ich jetzt gerade... Besties in Mechanics. Gaia. Also, mal hier, Richard of Gaia. So, Visualize. Dann einmal, ich hab ja hier irgendwo auch ne... Ne, stimmt jetzt, ich hab das gerade keine Schaufel, aber ist ja egal. Haben wir ja schnell hier rausgegraben. Ich hatte ja noch den Metal, aber der ist momentan noch in der Station drin. In der Alphicore Farming Station. So, und das und das hier rein. So, die Blocks of Iron. Einen Beacon. Und, ähm, wir brauchen einen Support Block. Eins. Zwei. Drei. Und vier. Structure Complete. Dann machen wir unseren Magneten an. Golden Bag of Holding. Und es wird Zeit für den ersten Gaia Guardian. So, komm her, Bitch. Ich hab noch eine kleine Rechnung mit dir offen, aber... Ich glaube, das wird jetzt nicht allzu lange dauern. Ich hab mich gerade im kleinen Moment erschrocken, ne? Ich denke mir so, alter. Ja, wir können den hier nicht one-shotten. Wo sind eigentlich meine Bloodstones? Die würde ich ja schon noch gerne haben. Damit ich dir ein bisschen gegenregenerieren kann. Und bisher läuft das doch relativ gut. Klar, wir kriegen jetzt nicht allzu viel Schaden wegen unserer Rüstung. Wir sind vier. Okay. Ja. Gaia Guardian, ne? Es ist noch ein nerviger Boss, aber... Ich verdrück's so aus. Es hat mittlerweile nicht mehr das Wahre. Ich mein, ihr seht hier, wie das jetzt hier aussieht. Klar, ich hab jetzt hier so dieses... Dieses Schwert, aber... Ja, spawn du die mal da drüben. Können wir nochmal hier ein bisschen leveln. Ups. Und sonst so, ne? Also Merkin mit diesem... Das Schwert hat zwar 99 Detect-Damage, bloß der Guardian... Gaia Guardian ist so konzipiert, dass der nur bestimmte Anzahl an... äh... Treffer nur kriegen kann. Also gewisse Anzahl an Schaden. Ich hab einen kleinen Trick jetzt auch herausgefunden. Das hab ich mal, ähm... Jetzt als hier der... Knighty da war. Der Knighty und der Trifolo. Habe ich da einen kleinen Trick entdeckt. Sehr schön. Acht Gaia Spurts. Medi-2... Scattern Music, das? Okay. So, das eine Frage. Theorisch gesehen, müssten wir doch, wenn wir den... Jetzt muss ich mal kurz, ähm... Lexica Britannia mal nachschauen. Äh, Virtual of Gaia 2. Du, 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 du. Moa. Okay. Äh, wir hatten ja jetzt hier auch noch ein Beta-Dequest, dass wir den Gaia Guardian machen müssen. Dann... Hol' ich mir von da drüben. Ich hoffe, dass da Holz ist so zum Bauen. Das zieht mir jetzt aber eher nur nach Treppenstufen, oder? Nein, wir haben ja auch Planken. Das ist sehr schön. Perfekt. Dann... Machen wir mal zwei Gaia Spirit Ingots. Können wir den eigentlich hier noch ein Buffer passen? Müssen doch eigentlich. Okay, ähm... Machen wir zwei Gaia Spirit Ingots. Dann machen wir direkt schon auch schon den zweiten. Und hauen das hier mal da rein. So. Guardian of Gaia. Quest updated. Gaia Guardian 1 und 2. Und tschüss. Also der... Der ist, glaube ich, schon etwas schwieriger. Also etwas schwieriger als er alle male. Aber scheinlich kriegen tun wir immer noch nicht. Ich glaube, unsere Bloodstone sei heute noch gut dagegen. Wäre geil, wenn ich jetzt irgendwie so Gaia Guardian hätte oder sowas kriegen würde. Auch Blut. Jetzt bin ich mal interessiert, weil, ähm... Das Looting von dem Schwert agiert auch auf den Wizard. Also, dass man mehr Nether Stars rauskriegt. Ich hab damals bei einem Run... Wo ich nicht wirklich komplett zu Ende gespielt hatte, hatte ich auch das Schwert bekommen. Und ich hab vom Wizard 40 Nether Stars bekommen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das hier auch klopft. Wenn ja, dann wäre das super, super geil. Ich liebe aber immer noch die Musik vom Gaia Guardian. Also Guardian of Gaia. Ist nicht so wirklich der Schwanz zerfällt gerade. Ich weiß. So, weg mit euch. Weg. 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 Tschüss. 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 Das Fert ist ein bisschen Overkill. Ich würde ja auch gerne jetzt da hingehen und sagen auf die Fassan, aber naja. Schade. Ich glaube, in der Phase ist er eh komplett unverwundbar. Na, ich glaube, es geht weiter. Na, komm schon. Gleich haben wir es geschafft. Nur noch ein paar Schläge. Und einer. Schade. Aber. Ja. Jetzt soll ich jetzt nicht mal das Ziel bekommen. Hier wird so ein Will of Torak und so ein Dice of Fate. Aber was kriegen wir raus? Ring of Loki. Ring of Loki. Mal gucken. Nee, das hier war das. Da. Ring of Loki. Ring of Loki. Ah, okay. Das funktioniert ja super. Tun wir hier in die Tasche rein. Nee, weiter. Machen wir anders. Zack, 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 zack. Äh, den brauche ich. Und für 4, 8, 12, 16. Das wird sogar genau nicht reichen. Wir müssten Wendern nochmal einen normalen machen. Ja. Also machen wir noch einmal den Guardian of Gaia. Es wird eine Folge, wo ich nur den Guardian of Gaia besiege. Ich finde es schade, dass man den dann, dass er wirklich nur so begrenzt Schaden bekommt. Ob der irgendwie automatisierbar ist? Das würde mich jetzt mal interessieren. Das würde mich echt mal interessieren, ob man automatisieren könnte. Irgendwie so mit dem Autobus hier. Shift-Rechst-Klick. Und dann halt mit dem Grinder. Das ist vorhin ein Vakonic. Das wäre schon relativ lustig, wenn das gehen würde. Das ärgert mich jetzt aber, dass wir nochmal den normalen Guardian of Gaia dann machen müssen. Oder wir machen dann nur mal den, ähm, den 3. Da kriegen wir noch einen Dice of Fate und haben dann auch schon mal für... Hier, sammeln schnell für die... ...Netherstar Seeds. Oh, das wird da auseinandergeschrieben. Hier, da brauchen wir ja Spiritbinder und dafür brauchen wir Gaia-Spilt. Alter, was da für ein Loot liegt? Okay. Ey, scharf. Wo, wie der immer aus den Wegen wegfiegt. Ich mein... ...Politz. Putz. 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 Peng. Sehr schön. Was haben wir jetzt hier? Neue Musikdisk. Rune of Earth. Mana Diamonds. Blacker Lotus. Neue Mal Gaia-Spirit-Ingels und ein weiterer Dice of Fate. Ring of Thor. Wenn ich mich recht erinnere, ist das der, den ich wollte. Äh... Ne, das ist genau nicht der, den ich nicht wollte. Dann wollte ich den, äh, Ring of Odin, genau. Weil der gibt nochmal 10 Bonus-Herzen. So, und ich glaub... Komm, wir machen nochmal 2 Stück heute. Heute bin ich in der Laune, machen wir ein paar Bosse. Auch wenn das keine gute Idee ist, wie wir in der letzten Folge gesehen haben. Händen wir mal kurz hier rüber. So. Dann, äh... Machen wir das so. Hier ist unser Mülleimer. Hi. Die Witch-Trophy würde ich sogar behalten. Ups. Scheiße. Ich hab aus Versehen 2 gewonnen. Ja, gut, ne. Kämpfer jetzt gegen 2, 3 mal. Ich hoffe, dass das nicht Overkill ist. Alter. Die machen, glaub ich, keinen Schaden, oder? Ja, gut. Ja, gut. Ja, gut. Dann gönnen wir uns. Machen wir das Ganze ein bisschen beschleunigt. Hätt' ich nicht gedacht, dass man 2 Guardian, äh, Gaia-Guardians auf einmal besiegen kann. Also, kämpfen kann. Oh, scheiße. Mein Rustang ist bald im Arsch. Ich hätte die vielleicht reparieren sollen. Ja, gut, ich darf mir nachher eine neue Rüstung machen. Ich merk das schon. Ja, jetzt krieg ich noch Schaden. Warte, hab ich jetzt noch. Food Sateration und dann los Sneaking. Ja, super. Ich hab's auch nicht dabei, was mit... Ich hol' den mal lieber raus. Machen wir da drüben nochmal ein bisschen Ordnung. Alter, ey. Ich kämpfe gerade. 2, Gaia-Guardians auf einmal. Also, draufgehen werd' ich jetzt auf jeden Fall nicht mehr. Einmal. Und zweimal. Ich hab' gerade 2 Gaia-Guardians auf einmal besiegt. Zwei Mal so fucking Gaia-Guardians auf einmal. Äh, du machst mich nervös. So. Dice of Fate. Ring of Odin. Und wir haben Bonus-Herzen. Und zu Fruit of Grisaya. Äh, haben wir ein Mana-Tablet dabei? Nee. Ähm, Fruit of Grisaya. Kurz erklärt. Solange wir ein Mana-Tablet dabei haben, haben wir ein endliches Essen damit. So. Wir haben... 4 Runes of Wrath. Runes of Lust. 5 Miniatur. Yellow Hearts. 27 Mana-Pair. Und 56 Gaia-Spurts. Ich würde sagen, wir haben das Zeug, was wir brauchen. Äh, ja. Dann gehen wir doch mal zurück. Alter. Zwei Mal so fucking Gaia-Guardians auf einmal. So. Dann schauen wir doch mal, dass wir die Spirit-Binder machen. Und, ähm, die Compressed Gaia. Compressed Gaia hat meiner Meinung nach erstmal Vorrang. Aber wir können beides machen. Das ist perfekt. Leute, wisst ihr, was das heißt? Wir haben jetzt alles zusammen für den letzten Motherfucking Infusion Stone. Schauen wir uns doch mal an, was wir brauchen. Und da ist das da? Block of Mana-Seal können wir machen. Block of Terra-Seal haben wir. Elementium haben wir. Mana-Diamond haben wir. Dragonstone haben wir. Compressed Gaia haben wir. Mana-Pairna haben wir. Massive-Visio-Block. Werde ich alles jetzt, die restlichen beiden Sachen, werde ich noch fertig machen. Massive-Visio ist überhaupt kein Thema. Ich werde mir wahrscheinlich sogar noch mal die letzten beiden, ähm, Zusatz-Herzen machen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. und dann machen wir die erste Temperio-Essenz und die letzten Seeds, die uns noch fehlen. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.